Hallo zusammen, willkommen zurück bei Sora Millionaire. Heute geht es mal um eine Strategie, bei der man mit relativ wenig Budget gute Chancen darauf hat, auch mal Rewards abzusahmen. Wie ihr unschwer aus dem Thumbnail erkennen konntet, geht es heute um das Projekt Sushi Road. In dem Fall ist es ein Projekt oder eine Strategie, die in dieser Woche auf dem japanischen Markt stattfindet, aber generell ist es eine Strategie, die man eigentlich immer anwenden kann. Zusammengefasst geht es bei der Strategie eigentlich darum, dass es in verschiedenen Game Weeks, vor allem unter den Wochen, ja häufig viel weniger Spieler zur Verfügung gibt, die gegeneinander antreten. Das kann man sich auch zunutze machen, indem man eben rechtzeitig diese Spieler ausfindig macht und dann eventuell in solchen Spielwochen auf die Underdogs setzt, sodass diese sich, wenn sie sich durchsetzen, enorm im Wert steigen können zum einen und zum anderen kann man sie vorher relativ günstig einkaufen, sodass diese, wenn sie wirklich gewinnen sollten, auch Rewards einfangen können. Klar, wie jede Strategie bei Soraya ist das auch mit einem gewissen Risiko verbunden und an der Stelle natürlich auch nochmal, ich bin kein Anlageberater oder Finanzberater, das ist hier lediglich meine eigene Meinung, aber ich werde euch die Strategie mal vorstellen, weil ich sie eigentlich umsetzen wollte, ich war aber auch schon ein bisschen zu spät und habe deswegen nicht mehr alle Spieler bekommen, wie ich sie haben wollte. Für all die noch nicht angemeldet sind bei Soraya, jetzt habt ihr die Chance zwei Karten gratis, zwei limitierte Karten gratis zu bekommen, meldet euch über meinen Referral-Link aus der Videobeschreibung an. Es steigert fünf Karten auf dem Markt und sobald wir unsere Referral-Karten bekommen, werde ich euch meine an euch umsonst zurücksenden. Dazu einfach das Video liken, meinen Kanal abonnieren und euch jetzt hier mit den Strategien beschäftigen und jetzt zuhören und aufpassen, denn die sind Strategien, die euch eventuell in eurer Soraya-Karriere weiterbringen können. Dazu gehen wir mal in Soraya Data und in Soraya Data gehen wir dann einfach auf den Player Finder und in dem Player Finder müssen wir jetzt mal ein paar Einstellungen ändern. Zum einen klicken wir einfach erstmal alle Häkchen hier raus, sodass wir quasi alle Spieler bekommen können. Dann filtern wir nach welcher Gameweek wir schauen wollen. Wir wollen jetzt nur Spieler aus der nächsten Gameweek finden und wenn wir jetzt mal einfach den Suchlauf startlassen, bekommen wir noch eine Menge an Spielern, weil nächste Woche natürlich viele Spiele sind. Äh, 475. Wenn man jetzt aber nach den Ligen auch noch filtert und sagt jetzt mal, man möchte sich nur Asia in dem Fall angucken, nimmt die All Leagues raus und macht dann auf Search, dann sieht man recht schnell, dass es hier nur 21 Spieler gibt. Das heißt, in der Woche ist nämlich das Auftaktspiel der J1 League, japanischen Liga, in dem Kawasaki Frontale gegen den FC Tokio spielen wird und hier gibt es in der Woche nur Spieler von den beiden Vereinen, die gegeneinander antreten. Wenn man also in Asia spielen möchte, in der Asia-Liga, hätte man jetzt die Möglichkeit gehabt, hier rechtzeitig Spieler kaufen zu können. Kawasaki Frontale ist natürlich der klare Favoriten im Spiel, aber ich denke nichtsdestotrotz, dass FC Tokio hier auch Punkte holen kann. Mein Plan war es jetzt eigentlich, hier ein paar Spieler vom FC Tokio abzugreifen und diese antreten zu lassen. Hintergrund dazu muss ich auch noch sagen, ich hatte sowieso schon vor ein, zwei Wochen, meine ich, war es Gohatano gekauft, das ist der Goalkeeper von FC Tokio. Den habe ich mir damals geholt, weil er unter 200 Euro, glaube ich, zu haben war, für U23-Keeper. Und ja, jetzt scheint es so, dass er auch starten wird und dementsprechend ist der Preis jetzt auch schon gestiegen, plus eben den Hintergrund, dass jetzt die Woche nur diese Mannschaften gegeneinander antreten, was die Preise auch schon getrieben hat. Diese Preisveränderung sieht man dann meiner Meinung nach vor allem in den Underdog-Teams. Wenn man sich jetzt mal bei Kawasaki Frontale, also dem Favorit hier anschaut, gibt es jetzt hier eigentlich die Spieler, die man sich eventuell holen könnte mit Miki Aman, der scheint ein ziemlich guter Defensivspieler zu sein, Leandro Di Maio, der in Japan den Sturm dominiert und Reao Hatate, den man vielleicht auch im Mittelfeld holen hätte können, um hier relativ safe zu sein. Wenn man sich mal die Preise bei den Kollegen anguckt, bei guten Spielern ist es ja meistens sowieso, dass sich der Preis nicht viel ändert durch irgendwelche Events. Jetzt in dem Fall hier auch, ist relativ konstant geblieben, gab es jetzt keinen großen Zuwächse, ist jetzt einfach konstant gestiegen in der letzten Zeit. Bei dem Stürmer, ähnliches Bild, ist auch einfach konstant gestiegen, gab es jetzt auch keine besonderen Zuwächse, jetzt aufgrund dieses Spiels. Wenn man jetzt aber mal beim FC Tokio anschaut, also hier hatte ich wie gesagt Gohatano, und dann habe ich mir noch rausgesucht, wollte ich eigentlich Masato Morishiga mir noch holen, Shuto Abe und Diego Oliveira, plus ich hatte eigentlich einen Mittelfeldspieler von Kawasaki Frontale, das war nämlich der Kollege, ah genau, Akihiro Lenaga, den wollte ich mir eigentlich im Mittelfeld holen, der ist ja hier im Sturm, aber ist hier als Mittelfeldspieler gestellt, weil der auch relativ günstig zu haben war. Wenn man sich aber jetzt nochmal die Spieler anschaut vom FC Tokio, bei Diego Oliveira bin ich zum Abschluss gekommen, habe ihn noch kaufen können, aber mir fehlen halt die anderen Spieler, deswegen kann ich jetzt nicht in der Asia-Liga antreten, das ist natürlich auch immer das Risiko, deswegen guckt euch das rechtzeitig an bei diesen Strategien. Bei Diego Oliveira bin ich zum Kauf gekommen, und hier sieht man deutlich, das war vorher anscheinend, hat es keiner richtig auf dem Schirm gehabt, und dann auf einmal sind die Preise angestiegen, und jetzt aber wieder abgefallen. Jetzt kann man zum Beispiel, jetzt kann man zwei Strategien fahren, zum einen versucht man aus solchen Wochen eben Gewinne einfach zu schlagen, das heißt man kauft die Spieler halt hier schon vorher irgendwann ein, um die jetzt in dem Fall 40 Euro oder irgendwas, und stellt sie dann hier auf den Markt, dass man sie direkt wieder verkaufen kann. Wenn man da zwei, drei Wochen im Vorhinein guckt, in solche Gameweeks, da ist man da normalerweise relativ sicher, dass man die zu einem höheren Preis verkaufen kann. Ich werde jetzt mal sehen, bei mir hängt jetzt davon ab, wie das Spiel ausgeht, ob ich jetzt ihn halten werde, oder ob ich ihn direkt wieder verkaufen werde. Aber wie ihr seht, jetzt gerade in dem Bereich hier, sind so viele Spieler, die jetzt gerade noch den Spieler sich holen, und egal wann, also man hätte ihn hier auf jeden Fall, wenn man jetzt hier Ende der Ende Januar schon geholt hätte, hätte man hier auf jeden Fall fast, wahrscheinlich das Doppel, nicht ganz ein Drittel höheren Preis dafür bekommen. Also es sind relativ sichere Trades, die man da eigentlich machen kann. Das Gleiche, wenn man sich jetzt bei Gohotano mal anschaut, der ist hier auch relativ flach verlaufen, die ganze Zeit, hier habe ich ihn mir geholt für, wo war es, 200, ne, hier 200, hier habe ich ihn mir geholt für 203 Euro, war relativ flach verlaufen, jetzt hier kurz vor Start, ist er auch nochmal nach oben gestiegen, also hätte ich jetzt, könnte ich jetzt auch wieder verkaufen, für fast 100 Euro Gewinn, im Idealfall, ist aber jetzt wieder ein bisschen runtergekommen, werde ich aber erstmal halten, weil es eben ein U23 Keeper ist auch. Wenn man das bei Masato Morishige sich mal anschaut, ähnliches Bild, war hier relativ flach, und ist dann einfach angestiegen, fällt jetzt wieder ab. Diesen Anstieg und Abfall, habe ich jetzt das zweite Mal schon sehen können, das andere Mal war nämlich bei dem Afrika Cup, da war es ein ähnliches Bild, da habe ich zum Beispiel damals ja auf das Algerien Team gesetzt, was in dem Fall natürlich jetzt nicht ideal war, für den Afrika Cup, aber nichtsdestotrotz, hatte man hier Spieler relativ günstig kaufen können, in einem Zeitraum davor, und die sind dann schlagartig gestiegen, und dann natürlich auch erstmal wieder gefallen. Und dann lag es natürlich daran, dass Algerien relativ schwach performt hat, weswegen hier jetzt bei dem Fall Aizamandi, der Preis insgesamt noch im Keller ist, und zusätzlich spielt er jetzt normalerweise kein Stamm mehr, wenn er jetzt bei Villarreal zurück ist, aber man kann es hier trotzdem sehr gut sehen, dass die Preise vor so einem Turnier, also vor irgendwelchen Events, auch diese Unterwochen-Events immer relativ stark anziehen, und dann erstmal wieder runterfallen. Das heißt, wenn man nur darauf spekuliert, hier einfach ein bisschen was abzugreifen, muss man halt einfach mal schauen, hier vielleicht zwei, drei Wochen vorher, versuchen den Spieler irgendwie relativ günstig noch zu bekommen, und dann im Hoch irgendwie zu verkaufen. Das Ganze gilt vor allem für die Underdogs, also bei Spielern, die normalerweise schon einen hohen Wert haben, der relativ konstant ist, ändert sich dann nicht viel. Ja, um die Strategie wirklich zu verfolgen, geht ihr wie gesagt einfach zu Surreal Data, und filtert dann von den unterschiedlichen Ligen. Ich empfehle hier vor allem die Amerika- und Asialiga, weil in Europa kennt man sich ja doch relativ gut aus, wann Champions League ist und wann die europäischen Events stattfinden. Und dann geht man einfach Game Week für Game Week durch und schaut einfach, wo es wenig Spieler gibt. Ein Beispiel hiervon nochmal wäre jetzt zum Beispiel hier die Game Week 249, die ich ausgewählt habe. Wenn man da auf dem asiatischen Liga bleibt, kriegt man auch nur 68 Spieler. Also ich sage mal, alles was unter 50 oder um die 50 Spieler ist, jetzt auch mal mit den 68 dazugenommen, da hat man relativ hohe Chancen, hier mit günstigen Spielern eventuell noch Gewinne zu machen, beziehungsweise auch mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit hier Rewards gewinnen kann. Um in solchen Wochen natürlich Rewards zu bekommen, muss einem klar sein, dass man hier jetzt nur auch gegen diese Spieler antritt. Das heißt, viele werden wahrscheinlich die gleichen Spieler haben und vor allem die, die vielleicht die besseren Spieler haben, werden in den Game Weeks dann auch im Endeffekt die Rewards gewinnen. Zudem kommt es dann eben vielleicht auch noch darauf an, dass es über den Bonus, den Kartenbonus in sich entschieden wird, weil dadurch natürlich am Endeffekt höhere Endwerte für die Spieler erzielt werden können. Um das jetzt alles nochmal zusammenfassen, also ich finde die Strategie eigentlich super spannend. Zum einen kann man, wenn man wie gesagt relativ früh einkauft, Gewinne mit den Spielern machen. Zum anderen kann man, wenn man auf Underdogs mal tippen möchte, hier auf jeden Fall auch in die Rewards relativ sicher kommen und das zu einem geringen Budget. Natürlich hat man dann das höhere Risiko, auch wenn diese Spieler nicht performen sollten oder die Underdogs nicht gewinnen, dass man erstmal eine Zeit lang auf den Spielern sitzt, weil die auch schwieriger am Markt wieder loszuwerden sind. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr diese Strategie findet und ob ihr generell solche Videos zu verschiedenen Strategien interessant findet. Lasst mir ein Like für das Video da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Für alle, die noch nicht bei Sorare angemeldet sind, nach wie vor gilt es, dass ihr zwei Karten gratis von mir bekommt, sobald ihr euch über meinen Link anmeldet und fünf Karten auf dem Markt ersteigert habt. Kommt auch gerne in unseren Discord, dort haben wir inzwischen eine immer größer werdende Community und tauschen uns hier wirklich rege zu den verschiedenen Themen, Spieltagen, Resultaten, Tradings und alles aus. Und ich würde mich freuen, wenn unser Server noch weiter am Wachsen ist.